Hi und herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung am Mittwoch für den Mittwoch. Denn ich habe, ich meine gestern Abend war es gewesen, gesehen, dass die zweite Episode von The Walking Dead Season 2 live ist. Man kann sie spielen und das heißt natürlich, die wird sofort gezockt. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht mit der Story. Vor allen Dingen, da im ersten Teil von der zweiten Season ja so offen war, wenn die Clementine wieder trifft. Sie trifft jemanden aus der Vergangenheit wieder, aber wir wissen halt nicht, wer es ist. Ist es vielleicht der Lee? Ist er vielleicht doch nicht gestorben? Denn wir haben ihn ja nicht getötet. Andererseits glaube ich kaum, dass es der Lee ist. Ist es vielleicht der Kenny oder ist es sonst irgendjemand? Ich bin schon extrem gespannt. Und ja, das Ganze wird natürlich auch den Weg auf YouTube dann finden im Nachhinein, in den kommenden Tagen. Im Nachhinein hört sich ein bisschen scheiße an. Und ich werde es ja wahrscheinlich auch wieder als ein Video dann hochladen. Das heißt, du musst nicht dann warten, bis der nächste Teil rauskommt und wie es weitergeht. Kannst du auf, wenn du das möchtest, in einem Rutsch durchgucken. Und ja, that's it. Also heute Abend 21 Uhr auf Twitch, Link, Videobeschreibung. The Walking Dead Season 2 Episode 2. Ich wünsche dir und mir viel Spaß. Wenn du da bist, würde mich auf jeden Fall freuen. Und in diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen und hören uns. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.